So, heute ist Freitag, der 19.06.2015. Ja, ganz herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Da sehen wir den Gamskogel. Wunderbar. Ich befinde mich hier am Ortsausgang von Lengenfeld. Und ich möchte mir jetzt einmal den Lehner Wasserfall von Nahem angucken. Da kann man irgendwie dichter ran und hat das Spektakel dann ganz dicht vor sich. Das wollen wir uns einmal anschauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Also los. So, ich befinde mich jetzt hier in der Ortschaft Lengen. Der Blick geht zurück Richtung Lengenfeld und auf den Gamskogel. Und dort hinten haben wir die Hängebrücke von Lengenfeld. Habe ich ja ein eigenes Video gemacht. Hattet ihr wahrscheinlich schon gesehen, aber jetzt kann man die nochmal wunderschön sehen. Wie hoch das da über dem Tal ist. Schon ein bisschen Nervenkitzel. Hier kann man gleich einmal schon auf den Wasserfall drauf gucken. 31 Minuten steht dran. Und da oben kommt es runtergeschossen. Und da oben kommt es runtergeschossen. Ist das so beleuchtet? Und da oben kommt es runtergeschossen. Das ist mehrere Aussichtsplattformen, Seilbrücken. Den Klettersteig würde ich ja nicht machen. Und da oben kommt es runtergeschossen. Und dann ist das Video. Dann ist das Ding. Und da oben ist das Problem. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich will jetzt nicht den Kettlersteig gehen, aber guck mal an die Brücke. Ja, jetzt kann ich mal die Fischung sehen. Okay. 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 Ich hoffe wir sehen uns bei einem meiner weiteren Videos wieder und bis zum nächsten Mal. Bye!